ich entschuldige mich jetzt schon dafür dass ich heute etwas leise reden muss mein kleiner schläft hier bei mir in der tragetasche und ich möchte einfach nicht dass er aufwacht heute möchte ich dir erzählen warum wir im supermarkt für minderwertiges essen geld ausgeben bzw warum es so wichtig ist selbst obst gemüse und bären zu pflücken also bleibt dran ich pflücke mir oft auf dem weg zur arbeit zum beispiel bären oder eben das was gerade momentan saisonal wächst wir wohnen hier an einem feldrand und hier wachsen total viele coole sachen wie pflaumen birnen äpfel kirschen und momentan ist eben die brombeerzeit und ich pflücke sie eigentlich so gut wie jeden tag und ich habe bisher nur einmal einen einzigen mann gesehen der auch gleichzeitig mit mir brombeeren gepflückt hat so dass ich mich manchmal frage ob menschen überhaupt noch wissen dass lebensmittel überhaupt in der natur wachsen oder ob sie denken dass sie irgendwo in der fabrik hergestellt werden aber gut ein anderes thema ja warum ist es so wichtig dass wir uns nicht nur vom supermarkt essen ernähren sondern zum beispiel auch selber etwas pflücken es gibt mehrere aspekte zum einen ist es zum beispiel die lagerung und der lange transportwege denn es ist so sobald man eine pflanze von ihrer wurzel trennt dann laufen in der pflanze die stoffwechsel prozesse weiter und die nährstoffe werden abgebaut statt dass sie aufgebaut werden und dementsprechend verliert die pflanze dann wichtige vitamine und wichtige nährstoffe so dass einige vitamine zum beispiel sogar bis zu 100 prozent aus der pflanze verschwinden können zudem sind gibt es unterschiedliche vitamine manche vitamine sind eher lichtempfindlich manche sind wärmeempfindlich manche sind wasserlöslich und zum beispiel wenn wir jetzt als beispiel die folgsäure nehmen die ist sowohl lichtempfindlich als auch wärmeempfindlich und genauso auch wasserlöslich das heißt wenn man jetzt ein lebensmittel was schon lange gelagert wurde vielleicht auch nicht richtig gelagert wurde und nimmt und das dann vielleicht sogar noch kocht dann ist da überhaupt keine folgsäure mehr drin vielleicht ist das auch der grund warum alle schwangeren frauen folgsäure präventiv verschrieben bekommen ohne überhaupt zu gucken hat die schwangere frau einen mangel oder nicht denn man kann sich durchaus mit folgsäure ausreichend versorgen wenn man auf einige sachen einfach achtet genau also es sind lange transportwege und lange lagerzeiten zum beispiel bei äpfel ist es teilweise so dass die sogar ein halbes jahr mal gelagert werden oder sogar länger oder zum beispiel bei exotischen früchten zum die dann unreif geerntet werden und dann erst im flugzeug oder im schiff nachreifen das ist auf jeden fall ein wichtiger punkt denn so bekommen wir nicht aus ausreichend nährstoffe mineralstoffe vitalstoffe sekundäre pflanzenstoffe vitamine aus der nahrung wie wir sie eigentlich bekommen würden wenn wir die lebensmittel frisch essen würden und saisonal regional noch ein wichtiger punkt ist die kultivierung der pflanzen ja denn sehr viel eigentlich fast 90 prozent der des obstes und das gemüse was wir im supermarkt kaufen können ist kultiviert was bedeutet das das wurde für uns auf unsere bedürfnisse angepasst und es wurde so gezüchtet ja zum beispiel auf eine für uns angenehme größe es wurde für uns auf einen angenehmen geschmack gebracht zum beispiel auf zucker überzüchtet wie es bei einigen obstsorten so ist und die bitterstoffe wurden rausgezüchtet und das ist eben bei wild wachsenden pflanzen nicht der fall zum beispiel wenn wir jetzt eine nehmen wir mal jetzt eine heidelbeere wir vergleichen hier eine kultur heidelbeere mit einer wald heidelbeere da sieht man dass die kultur heidelbeere nur noch die hälfte der antioxidantien hat und dadurch deutlich schlechter abschneidet wenn wir uns jetzt mangan werte angucken wir haben hier auf 140 gramm verglichen 0,2 bei der kultur heidelbeere und 4,0 milligramm bei der wald heidelbeere und das beispiel ist nur stellvertretend für auch andere bären obst und gemüsearten dann kommt natürlich noch hinzu dass bei kultivierten oder von menschen gezüchteten sorten oder auch einfach von menschen gepflanzten obst und gemüse der boden nicht so optimal genutzt wird das bedeutet die böden sind normalerweise ausgelaugt beim bio obst und gemüse ist das nochmal ein ticken besser aber es ist trotzdem so dass dann nicht unbedingt die besten düngermittel verwendet werden wodurch das der pflanze nochmal schadet wenn wir glück haben ist die pflanze überhaupt noch auf der erde aufgewachsen denn heutzutage ist es leider so dass einige arten sogar auf irgendwelchen pappkartons gezüchtet werden und da lautet das motto genauso wie bei uns menschen du bist was du isst denn was im boden nicht ist kann auch nicht in der pflanze landen das heißt das was wir im supermarkt kaufen können das sind eigentlich leere pflanzen sozusagen die können uns nicht ausreichend mit nährstoffen versorgen die wir aber für unsere stoffwechselprozesse benötigen und wenn wir jetzt zum beispiel so eine beere pflücken ja da sind sogar noch mikroorganismen drauf wenn wir sie jetzt nicht akribisch abwaschen die sogar b12 bilden das heißt es ist ja so ein argument gegen vegane ernährung ja wir können uns nicht genügen mit b12 versorgen wenn wir uns vegan ernähren ja können wir nicht wenn wir abgepacktes zeug abgewaschenes zeug aus dem supermarkt kaufen dann funktioniert das nicht so kann auch rohkost nicht funktionieren wenn wir nur sachen aus dem supermarkt kaufen entweder man muss selbst anbauen auf dem humusboden wo noch alles drin ist das kann uns nähren aber wenn wir nur sachen aus dem supermarkt kaufen und verwenden dann reicht rohkost für uns leider nicht aus ja obwohl es schon die nährstoffreichste ernährung ist reicht uns das trotzdem dann noch nicht aus um unsere potenziale auszuschöpfen ja wie war das denn früher bei menschen es gab zum beispiel in der zeit von jägern und sammlern es wurde ja nicht jeden tag gejagt oder wenn es jeden tag gejagt wurde dann hat man nicht jeden tag was gefangen man habe keine möglichkeiten die sachen einzufrieren und sie haltbar zu machen das bedeutet hat man irgendwas gejagt hat man das also sofort geschlachtet und gegessen und das war es das heißt es gab mal mehrere tage am stück oder längere perioden am stück wo menschen sich ausschließlich von bären ernährt haben und hatten vermutlich auch nicht irgendwelche mängel ja und was mir noch aufgefallen ist man sagt ja immer kinder sind so intuitiv und haben ein besseres gefühl für qualitativ hochwertige lebensmittel und das ist mir zum beispiel bei meinem einjährigen sohn aufquallen er liebt zum beispiel bären zum brombeeren egal welche bären erdbeeren und ja auch mirabellen zum beispiel und wenn ich ihm das direkt vor ihm pflücke ja zum beispiel eine brombeere wir sind zum beispiel an einem brombeer busch und ich pflücke es ihm und gebe es ihm zu essen dann kann er davon unheimlich viele verputzen sodass ich am ende sogar ihn aufhalten muss nicht dass er dann irgendwie verdauungsprobleme bekommt aber wenn wir das vom gleichen busch die brombeeren pflücken und ich sie dann in eine dose tue und sie ihm zu hause anbiete dann ist es schon so dass er dann nicht mehr so viele isst und zwar deutlich weniger isst dann probiert manchmal sogar nur so 12 und dann möchte er sie nicht mehr dann habe ich zum beispiel noch gelesen dass pflanzen sich entsprechend an ihre umgebung anpassen das heißt sie bilden ihr nährstoff spektrum so aus dass sie sich vor den umwelteinflüssen die an dem jeweiligen ort herrschen schützen das heißt hat man jetzt zum beispiel hohe co2 werte oder hohe stickstoffoxid belastung in diesem gebiet so bilden sich die so schützen sich die pflanzen dementsprechend mit mit bestimmten nährstoffen und essen wir diese pflanzen aus diesem gebiet dann bekommen wir das natürlich ab und das soll uns dann auch schützen eindeutige belege habe ich dazu nicht gefunden aber ich kann es mir sehr gut vorstellen dann noch mal zu guter letzt vollständigkeits halber etwas aus dem esoterischen bereich die pflanzen die wild wachsen die suchen sich den ort selber aus ja das heißt sie wurden dann nicht hingepflanzt wo sie vielleicht eigentlich keinen bock hatten aufzuwachsen sondern die haben sich den platz selbst ausgesucht die mutterpflanze hat den samen abgeworfen und dort ist die pflanze gewachsen ohne druck ohne ja menschliches einwirken und es soll auch irgendwelche positiven effekte auf uns haben ich bin bei solchen themen so dass ich das nicht als fakt darstelle aber auch nicht sage dass es nicht stimmt ich bin mir sicher es gibt viel mehr als wir sehen können aber man kann es eben nicht hundertprozentig beweisen aber auch nicht dementieren das ist dann jedem selbst überlassen und in diesem sinne bleibt gesund und bis bald 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 Bis zum nächsten Mal.